Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte, es ist mir eine besondere Freude, Sie als Präsidentin des Hessischen Landtages zu unserem Bildungsformat Dialog P begrüßen zu dürfen. Ich befinde mich gerade im Plenarsaal. Hier treffen sich unsere Abgeordneten zu politischen Debatten und Abstimmungen. Von der Besuchergalerie aus kann das Geschehen live mitverfolgt werden. Und jetzt haben Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, bei sich vor Ort die Chance, mit Abgeordneten aus Ihrem Wahlkreis die Themen zu diskutieren, die Sie bewegen. Diese Veranstaltung dient also dem politischen Dialog. Denn eine Demokratie lebt genau davon, vom persönlichen Austausch zwischen Menschen mit unterschiedlichen Standpunkten und Meinungen. Ich danke Ihnen allen und insbesondere auch den Abgeordneten für Ihre Teilnahme und wünsche Ihnen nun interessante Einblicke und spannende Diskussionen rund um die hessische Landespolitik.